Ich glaube, ich kann mich auf einen sehr schönen Abend gefasst machen, aber ihr hoffentlich auch, denn wir haben einiges, die uns natürlich das schönste Farbenspiel ever, ever auf die Bühne bringen. Und ja, das können wir natürlich am besten hier mit euch, mit euch Wiener. Und ich muss gleich mal zu diesen Menschen hier vorne kommen, denn es sind hier... Es sind ca. 250 Menschen hier in diesem Sempernese-Affektion. Und wir dürfen euch dann beten, komplett in Weiß zu kommen. Und ich sehe mit großer Freude, es haben sich alle dran gehalten. Es sind 100%! Und ehrlich gesagt, ist das auch der einzige Grund, weil es einfach gut aussieht. Okay, nicht nur. Also wir werden euch heute schon noch ein bisschen benutzen müssen, ich muss es leider so sagen. Ich hoffe nicht. Denn ihr dient uns heute als Projektionsfläche. Und wir, ihr hier auf der Bühne und der Rest der Halle, wird daran hoffentlich großen Spaß haben. Denn ja, auf euren Körpern, auf eurem Gesicht, das ist wirklich ganz hot, das ist alles passiert nicht. Ihr werdet wahrscheinlich selbst davon nicht so viel mitbekommen. Deswegen möchte ich euch nur ganz kurz ein Beispiel geben. Wir machen mal die simpel Farbe, okay? Wir machen jetzt nur mal, also ihr seid jetzt alle mal einfach blau. Hey, das ist super! Und das ist so, wie es anfühlt. Jetzt mal schön rot. Und grün finde ich jetzt auch noch ganz nett. Ja. Und da haben wir ja keine Haare mehr. So, lau. Sieht sehr schön. Sieht ganz, ganz voll aus. Auf jeden Fall, wie gesagt, das ist nur ein sehr sinnvolles Beispiel, aber ihr werdet auf jeden Fall Teil unserer Show. Und euch allen hier in Wien. Ihr könnt euch gerne vorstellen, wie froh ich bin, hier bei euch zu sein. Das ist jetzt ganz, ganz ehrlich. Wir haben schon fast und fünfte unserer Tournee-Reise geschafft. Wir haben in Deutschland angefangen. Und wir haben, ja, gestern, wie gesagt, in der Schweiz begonnen, das Aufwand zu bereisen. Aber ihr wisst, ich habe bei der Romy-Verleihung nicht gelogen. Ich liebe Wien und ich liebe Österreich. Ich wünsche euch viel Spaß und wunderbar nichts. Ich glaube, Sie sind auch.